sehr lieben dann herzlich willkommen zu diesem vollmond frühlings tag und nacht gleiche ostern einfach zu allem weil wir sind gerade in den fällen portaltage haben wir auch noch gerade und wir haben ja immer ihr wisst neumont und vollmond zooms aber jetzt war irgendwie so dieses gefühl nein wir machen das nicht erst zu vollmond am 25 sondern heute schon weil wir jetzt am 20 heute habe ich glaube vier in der früh war es in diese tag und nacht gleich oder da ist quasi dieser wechsel geschehen dass eben quasi die sonne das alte unter anführungszeichen verlassen hat indem sie das fische zeichen verlassen hat über die kosmische spalte gegangen ist und jetzt im wieder zeichen ist und das ist eben in der astrologie so dieses quasi alte jahr und neue jahr ihr wisst auch da kann man schon wieder sehen es gibt da immer wieder diskussionen ja wann beginnt jetzt eigentlich das neue jahr wann beginnt das alte jahr die einen feiern sie am 31 jänner und wir haben silvester und neuer dann wissen wir aber auch es ist winter sonnwende am 21 dass da das neue jahr energetisch beginnt jetzt eben also es ist dann für viele immer so verwirrend und da schon mal ganz wichtig fühl für dich hinein es sind immer übergänge wir sind ständig in einem mustern einem zyklus in einem leben wo ständig übergänge sind wo wir immer wieder mal über ein portal über ein tor über eine schwelle drüber treten und das sind quasi so diese übergänge von einem quasi bereich in den nächsten vom alten ins neue ob man das jetzt unbedingt festmachen muss auf eben den 31 ersten jetzt auf dieser zeit ich glaube es ist einfach wichtig sich bewusst zu machen dass es energetisch jetzt gerade da ist dass es einfach im feld ist dass da jetzt ein wechsel eine veränderung da ist gleichzeitig würde ich dem ganzen jetzt nicht so das mega über gewicht von dem ganzen geben weil wir sind ihr wisst es glaube ich mittlerweile jeder hat schon bei manchen habe ich so das gefühl so oh gott was ist jetzt wieder was auf uns erwartet ja weil es kommt wieder diese konstellation und das und das und man hat gefühlt schon irgendwie genug von all diesen konstellationen weil ist ständig irgendwo was ist also ich denke wir sind uns alle einig dass wir mit diesen übergängen eh schon dabei sind lernen umzugehen und dass wir ständig merken irgendwo ist ein wechseln und es ist ein übergang und geht quasi vom alten ins neue und deswegen wie gesagt würde ich da jetzt nicht zu viel immer hineinlegen von oh mein gott ja weil es gibt ja manche denen wir die panik kriegen oh gott aber ich hätte doch das machen müssen muss ich jetzt auch zettel verbrennen und muss ich und denkt stresst sich mit gar nichts sondern es ist einfach nur wissen wichtig zu wissen oder einfach zu fühlen es sind übergänge manche spüren sie stärker und manche weniger auch david wir sind persönlich immer individuell in eigenen zyklen drin das kann sein dass du vielleicht zur wintersonnenwende am 21 sämtliche zustände hast und in der weihnachtstag flach liegst und sagst jetzt keine ahnung mega cool fühlt sich total gut an und deswegen ist es so wichtig spür für dich selber immer wieder hinein wie fühlen sich diese übergänge an nur weil jetzt ein portal tag ist nur weil jetzt irgendein vollmond ist das heißt nicht immer dass das gleich alles negativ und anstrengend sein muss sondern fühl für dich immer rein wie nimmst du war wie fühlt sich diese zeit für dich jetzt an und wir sind ja seit dem 15 märz haben wir schon diese portal tag serie die jetzt zehn tage lang dauert die eben so eine art vorstufe oder beginn gewesen ist diese fünf tage portal tage bis zum zwanzigsten bis heute und jetzt gehen noch einmal fünf tage die portal tage weiter und schließen dann ab mit 25 wo wir jetzt den vollmond dann haben ich glaube es ist dann der montag wenn ich es richtig habe 22 dann müsste ausgehen aber ich bin nicht sicher aber ich glaube es ist montag auf jeden fall da haben wir dann den vollmond in der waage und gleichzeitig ist eine halbschatten mondfinsternis das heißt wir haben die erste finsternis in diesem jahr finsternis ihr wisst ja gehen immer ungefähr sechs monate das heißt es sind dann sehr große zyklen so und deswegen finde ich das viel interessanter von der energie her als es rein nur diesen übergang vom astrologischen alten ins neue jahr zu betrachten ja kann man aber auch da finde ich sind die zusammenhänge mega spannend zu beobachten weil auf der einen seite jetzt diese portal tage wo ich euch schon erzählt oder gesagt habe auch im letzten video es geht bei diesen portal tagen gerade sehr stark darum zu schauen welche so alte themen sind noch da und viele haben jetzt in den letzten tagen auch geschrieben es ist voll schräg es sind plötzlich ängste oder unsicherheit und dann noch einmal wie so ein streifzug wie durch das gesamte letzte jahr mit dingen da und sich denkt echt hatte ich doch schon irgendwie durch also da werden wir auf der einen seite noch mal sehr geprüft dann haben wir jetzt eben mit dieser tag und nacht gleiche das sind tag und nacht gleich lang das heißt das zeigt in uns oder bringt in uns etwas oder bringt in uns etwas zum schwingen oder klingt etwas an wie schaut es mit deinem ausgleich mit einer inneren mitte aus mit einer balance tag und nacht stehen ja auch für das männliche und für das weibliche wird es ihnen und für das young also das heißt wie sehr ist ein männlich weibliches wie weit bist du in deiner mitte einatmen ausatmen wie weit kannst du von der entspannung wieder in die anspannung gehen und aus der anspannung wieder in die entspannung gehen also auch da immer wieder schauen wie weit bin ich in diesen zyklen schon drinnen oder wo hänge ich vielleicht fest wo blockiere ich mich und kommen nicht weiter die einen hängen in der entspannung so alles ist nur mir wurscht alles ist komplett gleichgültig da geht es eher in die depression in dieses lethargische das heißt es kann sein dass du in dieser zeit jetzt um diese tage herum eher so eine unglaubliche schwere spürst dass das gefühl dass du hast keine kraft irgendwas zu machen du bist vielleicht total müde es ist so dann kannst du schauen wo bist du vielleicht ständig so angespannt dass dein ganzes system sagt so und jetzt habe ich dir genau das thema anzeigte schau mal dir fehlt die entspannung du bist müde du bist drüber oder aber dass du auch merkst ich bin so in dem entspannen das ist mir alles wurscht ich schwebe auf meiner licht und liebe wolke und das ich segne gerade alle menschen und ich liebe alle menschen und alles ist wunderbar also ich bin ständig in der harmonie und da kann es aber sein dass dir dein krieger ein bisschen einen arschtritt gibt und sagt ja das ist großartig wenn du ständig in der harmonie bist und das ist auch wunderbar aber manchmal darfst du auch ein bisschen den krieger ausfahren und darfst du ein bisschen auch ins tun gehen weil der krieger und das wäre jetzt eben auch diese wieder energie in der wir jetzt dann drinnen sind wo die sonne jetzt wieder steht dieses geh ins tun und durch diese tag und nacht gleiche durch diese öffnung jetzt von diesen portalen da ist jetzt an eine quasi energie oder ein hinweis vom universum da wieder energie ist auch diese schöpfer energie deswegen ist ja auch in der astrologie wo sie sagen diese kosmische spaltet wir gehen jetzt über diese schöpfungs funken wieder wir spüren wieder diese urkraft sondern jetzt ist es zwar großartig wenn wir die kraft spüren aber stell dir so vor du bist ein gefäß dieses gefäß ist aber verschlossen das heißt du nimmst diese kraft nicht auf diese diese kraft berdelt an der ab wie wenn du so einen schutzanzug hört ist und die kraft fließt einfach außen an die habe dieses komplett wurscht wie viel urkraft da ist wie viel energie vom universum zur verfügung gestellt ist es liegt an dir diese kraft anzunehmen diese kraft einzuladen in dein innerstes sie aufzunehmen zu empfangen und wirklich zu sagen ich bin bereit diese kraft zuzulassen diese kraft in mir zu fühlen und dann vorwärts zu gehen weil nur weil das feuer und weil die kraft da ist heißt doch nicht dass ich im tun drinnen bin und auch da kriegen wir gerade sehr stark die prüfung das können wir wahrscheinlich teilweise wenn es einige körperlich auch fühlen manche auch geistig wo lebst du dieses leben von dem du vielleicht sprichst ja es sind so viele die gerade erzählen eben über die zukunft über das wassermann zeitalter über das goldene zeitalter über wo alles einfach nur mehr wunderschön ist ja wie weit lebst du das schon von dem du sprichst weil das sind oft zwei paar schuhe das heißt wie weit bist du schon aktiv da im tun wie weit bist du aktiv im handeln wie weit bist du wirklich für dich am tun und am machen um zu sagen okay ich setze das jetzt auch wirklich um und da haben wir jetzt eben auf der einen seite mit dieser tag und nacht gleiche mit dieser frühlings energie diese extreme aufbruchstimmung da dieses durchgehen zu sagen hey los geht's auf ins neue bereite ich vor deinen seelen weg deine wege zu gehen dann haben wir dazu eben mit dieser vollmond energie die in der vage ist sehr stark noch mal die liebe also auch wieder dieses bedingungslose was ich so genial finde weil auch da die sonne steht im bitter das heißt wir haben diese männliche energie und der vollmond ist dann wieder in der vage im weiblichen also auch da wird der ausgleich und über ostern muss dann ist ja auch wieder ein neubeginn ist auferstehung ist quasi weitergehen mehr oder weniger war oder ist ostern symbolisch die fruchtbarkeit zu feiern das leben zu feiern die alte hülle zurückzulassen in einen neuen zyklus einzutreten und genau in diesem feld sind wir gerade drin und das ist jetzt nicht erst eben ostersonntag oder am ostersamstag sondern wir sind gerade jetzt schon voll in diesem feld wo wir eben sehr intensiv geprüft werden was möchtest du loslassen so ich weiß wir haben jetzt alle schon hunderttausend mal gehört altes loslassen und entrümpeln und so weiter und das heißt es haben auch viele jetzt schon alles mögliche entrümpelt haben ausgemistet haben aussortiert und jetzt geht es aber in dieser zeit gerade sehr stark vor allem gar nicht so um das ich sage jetzt mal räumliche oder materielle loslassen entrümpeln sondern mehr um die geistigen programme also mehr für dich zu erkennen wo sind geistige programme wo bist du noch eingeschränkt durch irgendwelche glaubensmuster glaubenssätze wo du dich mehr und weniger selber einschränkst oder eben nicht dein potenzial lebt wo du nicht deine fähigkeiten lebst weil das kann man nicht machen das darf man nicht tun das geht so nicht das kannst du nicht also überall dieses das funktioniert alles nicht und da geht es jetzt um diese krieger energie und diese kraft und diese urkraft die sagt hey los geht's du kannst das sehr wohl dieses wirklich ich fange einfach an und jetzt ist es so sie zeigen dieses bild immer wieder dass wir kollektiv doch eher bequem sind und wir sehen jetzt dieses tor wir sehen dieses portal und jeder weiß ja irgendwie muss ich durch und man wartet aber irgendwie oft so drauf vielleicht geht hier irgendjemand anderer vor könnte nicht jemand anderer mal durchgehen und wenn der oder die durchgeht naja dann bin ich auch bereit da in den schritt zu machen das heißt wir sind jetzt echt voll in dieser prüfung drin selber für uns die schritte zu gehen weil dieses neue leben und dieses leichte leben und dieses wasser mal zeitalter und dieses goldene zeitalter und wo alles friede freude eierkuchen ist das fällt nicht vom himmel dürfen wir aktiv sein das heißt es sind jetzt in dieser zeit intensiv geprüft wie weit bist du bereit da wirklich weiter zu gehen das bedeutet aber eben auch loszulassen was mir nicht mehr gut tut loszulassen was vielleicht wirklich jetzt noch eine alte energie schwingt was ins neue nicht mehr wirklich hinein passt und das betrifft so wie sie es mir gezeigt haben besonders intensiv jetzt die beziehungen nicht jetzt reine partnerschaftliche beziehungen sondern wirklich beziehungen auf allen ebenen das können beziehungen mit deinen eltern sein das können beziehungen mit deinen kindern sein das können beziehungen mit deinen kollegen sein beziehungen mit freunden mit arbeitskollegen mit chef mit deinem partner mit ex partnern also das sind gerade ganz ganz viele oder ist eine ganz starke beziehungsthematik im feld und das zeigt sich für mich so dass das wirklich über die osterzeit drüber geht bis in den april mai hinein also wir da jetzt die sagen gerade jetzt geht über die finsternisse drüber also damit haben wir eigentlich dann sechs monate dieser ganzen beziehungsthemen sehr intensiv im feld aber gefühlt ist es sehr stark zwei bis drei monate also wirklich april mai dass sich das sehr sehr vieles dann umstrukturiert und verändert und das kann eben sein dass man wirklich auch für sich selber ehrlich erkennt und dass da eine ostern ist ja auch so diese zeit sehr bewusst werden wir sind jetzt im sonnenjahr angekommen das heute eben beginnt mit dieser tag und nacht gleicher sondern habe ich euch auch gesagt steht für das bewusstsein für das erkennen des eigenen ichs wer bin ich und wirklich mal diese rosa rote brille abzunehmen zu sagen bin ich das was ich da gerade in meinem leben in dem alltag lebe bin ich das wirklich bin ich wirklich die frau die sich anpasst bin ich wirklich der mann der jeden tag frustriert heimkommt und das gefühl hat er muss alles tun und nichts passt also wirklich mal für dich selber schauen bin ich das und vor allem will ich das noch sein denn da ist jetzt wieder die energie wir gehen in das neue wir haben einen neubeginn wir haben diese auferstehungs energie das ist immer kennst auch diese phönix momente dieser gibt wo man eben sagt man steigt quasi jedes mal von einer stufe auf die nächste also ich sterbe immer einen inneren tod um dann auf die nächste stufe zu kommen und habe dann diese möglichkeit wirklich da über mich selbst also mich selbst was sie ja zu bewältigen innerlich aufzustehen indem ich auf der nächsten stufe wieder aufwache oder eben zu mir kommen das bedeutet aber dieses ich zu leben dass ich eben alte dinge loslassen darf und wenn ich dann merke meine partnerschaft meine beziehungen die schränken mich sehr ein oder da bin ich total eingeschränkt dann ist es nicht so oh gott der böse andere partner der lässt mich ja nicht sondern wirklich für dich selber schauen wie weit bist du in deiner freiheit da hat es auch ganz klar geheißen wir sind jetzt in einer zeit ihr wisst es alle blut und den wassermann und wassermann energie ist aufbruch ist luftig luftige energie ist neu begehen ist umbrüche ist sehr stark das spirituelle und wir sind jetzt einfach extrem stark in einer zeit wo es um dieses innere spirituelle wachstum geht das heißt jetzt nicht dass ich jeden tag irgendwelche engel und ich weiß nicht was alles anbeten muss und kerzen anzünden muss sondern dieses innere wirkliche bewusstsein dieses erkennen wer bin ich ich bin eben nicht nur ein körper sondern ich bin eine seele darin und ich habe einen höheren geist ein höheres selbst und damit wieder in kontakt zu treten mich damit wieder ganz stark zu verbinden und da ist jetzt eben die frage wie weit bist du in einem umfeld dass dieses spirituelle wachstum hemmt dass dieses spirituelle wachstum einschränkt oder eingrenzt und ich höre dann immer wieder ja aber das ist doch meine aufgabe und ich muss doch und mein mann oder meine arbeitskollegen und die müssen doch verstehen das ist wenn ich sehr schwierig immer dann kollektiv zu beantworten man kann nicht sagen alle müssen jetzt weg weil bei manchen ist es wirklich so dass du in der firma wo du bist genau die aufgabe hast da jetzt licht reinzudringen und dazu sagen hey ich bleibe dabei weil das vielleicht deine persönliche prüfung ist zu dir zu stehen ein licht leuchten zu lassen ist auch das sonnenjahr dieses du strahlst du bist in einer strahlkraft du fängst an dich selbst zu zeigen dich selbst zu leben und wirklich dein licht leuchten zu lassen egal wo du gerade bist und jetzt kann es aber sein dass wirklich deine innere stimme sagt hey ich gehöre da weg es passt nicht mehr sei es die familie sei es das beziehungsumfeld sei es das arbeitsumfeld sei es was auch immer für beziehungen wo du vielleicht merkst hey das das passt nicht das sind keine gleichgesinnten das sind da ist irgendwie keine verbindung mehr da dann wird sich das in den nächsten wochen und monaten lösen beziehungsweise das heißt werden wir da sehr viele schubser und anstöße mehr oder weniger bekommen wo wirklich dann die die seele an pocht und anklopft und sagt hey ich möchte jetzt wachsen jetzt ist es zeit dass ich da echt aus mir herauskomme und ausbreche und wenn unser verstand aber sagt ja aber das geht doch nicht weil sie sagen dann kann es teilweise zu reibereien kommen ob das dann jetzt im außen ist oder in dir in deinem inneren das dein körper und dann beginnt auch schwierigkeiten zu machen das wird dann jeder für sich selbst merken aber denkt einfach dran dass es geht wirklich für dich selber zu schauen wer bin ich lebe ich mein ich schon wenn ich zum beispiel voll ein mensch bin mit leichtigkeit und mit freude und mit lebensfreude und mit hey ich gehe total gerne fort und ich treffe gerne leute und meine familie oder mein umfeld sind so auf wir bleiben zu hause uns interessiert es nicht dann wirst du dich da vermutlich angepasst haben dann wirst du dich da vermutlich auch irgendwo eingesperrt fühlen und dann geht es darum zu sagen okay wie weit kann ich jetzt wirklich meins leben auch im hinblick auf die konsequenz dass dann vielleicht mich alle für verrückt halten dass dann die familie sagt okay mit dir will ich nichts mehr zu tun haben dass der partner sich verabschiedet oder die partnerin und 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 da sind wir auch wieder in der energie von ostern ostern ist ja sehr stark eben auf der einen seite war ostare dieses frühlingsfest wo das leben gefeiert worden ist wo es darum ging die fruchtbarkeit zu feiern die neugeburt zu feiern den beginn zu feiern von etwas ja auch da ist diese sexuelle kraft sehr stark gefeiert worden diese urkraft diese schöpferische kraft dass da etwas neues entsteht so jetzt kannst du eben für dich schauen okay wo entsteht in dir etwas neues wo sind gerade impulse und ideen die raus möchten wo bist du dabei dass dieses ganze neue da jetzt sich raum nimmt du dem ganzen raum gibst und du das ganze beginnst zu öffnen oder aber eben wo grenzt dich das ganze irgendwo noch ein so und jetzt haben wir bei ostern aber auch gleichzeitig mit diesen ganzen aufbruchs und neubeginn und auferstehungs energien sehr stark auch das thema eines der kosmischen gesetze ursache und wirkung weil ich finde das immer wieder spannend in der oster energie ich weiß es wird diese geschichte so erzählt ich kann es mir bis heute einfach nicht wirklich vorstellen dass es sich wirklich so zugetragen hat beziehungsweise dass das wirklich so gewollt gewesen ist weil einfach auf grund sage ich jetzt mal der kosmischen gesetze aber ich sage jede ursache hat eine wirkung das heißt ich bin hier jeder einzelne von uns ist hier dass wir eine handlung setzen und dann die wirkung präsentiert bekommen um eben zu lernen um zu erkennen okay hoppala das ist vielleicht nicht so genial weil ich zurückgeknallt kriege oder ah ja warte mal das ist ganz gut wenn ich ein guter mensch bin das wirkt sich positiv auf mich aus so jetzt fragt sich mal selbst einfach vom hausvollstand her wie viel sinn macht das wenn ich sage so da ist jetzt eine menschheit mit allen möglichen misstaufen mit allen möglichen baustellen mit allen möglichen wirkungen die wir irgendwo verursacht haben und dann wird da jemand geschickt gottes sohn so und der nimmt jetzt alle unsere schuld der nimmt jetzt einfach mal alles von uns ab natürlich ist es voll praktisch ist wie so dieses tor ja hey cool ein trottel der durchgeht passt der macht es für uns und wir können dann einfach ganz entspannt nachgehen weil der hat ja gerade all meine thema meine sünden und mein karma und weiß ja nicht was alles abgenommen wäre in der theorie natürlich mega genial macht durchaus auch sinn dass wir da jetzt teilweise immer noch auf dem misias auf den erlöser auf einen retter oder sonst irgendwas hoffen in der praxis funktioniert es aber meiner ansicht nach so nicht weil wie gesagt diese kosmischen gesetze von ursache und wirkung über dem ganzen drüber stehen was sich da unser ego oder unser verstand ganz gerne zusammen räumt das heißt wir dürfen da auch in diese selbsterkenntnis gehen und wenn ich in die selbsterkenntnis geht dann auch gleichzeitig in diese selbst ermächtigung und das ist auch wieder ein schritt der da jetzt zu ostern oder in dieser osterzeit gemacht werden kann dass du in diesem neuen jahr ganz ganz stark merkst wo warst du noch ohnmächtig in welchen beziehungen in welchen feldern fühlst du diese ohnmacht dieses gefühl ich habe es nicht in der hand ich kann nichts kontrollieren andere sagen mir was ich tun soll und dann aber für dich zu merken hey ich kann es ja verändern ich muss mir vielleicht von anderen nicht mehr sagen wie das funktioniert vielleicht lasse ich mir von meiner mutter oder meinem vater nicht länger sagen das funktioniert oder das geht nicht oder von meinem partner oder von meinem umfeld oder von freunden also wirklich dieses wir sind nämlich das sehr gerne oder sehr lange zeit jetzt fremdbestimmt gewesen mit fremdbestimmt meine ich jetzt gar nicht irgendwelche außerirdischen oder dunklen energien sondern sehr viele andere menschen die uns sagen so hast du es zu machen und so ist es falsch wenn du es machst und da hat es eben geheißen ist jetzt über diese osterzeit über diese auferstehungszeit über dieses neue jahr mit dieser tag-und-nacht-gleiche die möglichkeit der wirklich den geist von diesen programmen zu klären also dir wirklich bewusst zu machen okay wo bin ich noch so in mustern in programmen drin wurde eben jemand anderer sagt wie die welt funktioniert und dann ich dein wesenskern deine seele sagt aber das fühlt sich aber nicht stimmig an ich mache das jetzt anders und dich darüber eben erhebst das heißt nicht bitte dass du besser bist sondern sie sind ausbrechen aus diesen gefangenschaften aus diesen begrenzungen die andere die auferlegt haben und das ist wieder etwas natürlich wäre es großartig wenn ich irgendwelche zäune grenzen und irgendwelche irgendwelche punkte oder irgendwelche blockaden in oder um mich habe und dann irgendeiner löser kommt der sagt so wie hulk oder wie superman oder spider-man oder weiß ich nicht der die dann alles mal durchpusten oder mal alle mauern zum einsturz bringen und dann ist der weiße prinz da oder eben weiß er nicht superman wer auch immer mit dem wehenden kipp und sagt so ich habe dich gerettet alle deine blockaden sind weg jetzt bist du frei klar wäre mega cool ich glaube jeder von uns wird dem zustimmen dass wir sagen danke hätte ich auch sehr gerne ich glaube wenn wir darauf warten werden wir sehr lange warten also das heißt es liegt jetzt an uns und wir sagen okay ich bleibe in diesen ganzen begrenzungen drin oder ich finde meine kriege ich nutze jetzt diese wieder energie diese urkraft diese kosmische stärke die jetzt da ist ich empfange sie also ich öffne mich das ist jetzt auch eine ganz starke energie von eben nicht nur ich muss was loslassen weil ihr wisst wir haben jetzt schon seit jahres anfangen immer wieder diese loslass themen und etwas entrümpeln und so weiter aber klar wenn ich platz mache und etwas weggebe oder etwas loslasse ist platz für was neues das heißt auch da denkt immer wieder dran weil viele sind so oft und ich merke das beim arbeiten viele sind so in dem ich muss was sie alles loslassen müssen auch da wieder denkt dran einatmen und ausatmen klar ist es mega cool wenn du loslässt aber dann darfst du auch wieder was aufnehmen ich kann nicht immer nur 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 loslassen ab und zu muss und darf ich auch wieder etwas einatmen darf ich etwas aufnehmen und da geht es jetzt darum eben wirklich diesen kelch also dich selbst zu füllen so jetzt haben wir ich glaube in der community von euch haben noch gefragt dieses ständige abhauen aus seinem körper wir haben es auch gehabt mit dem wurzelschakra bei der eingereise das ist ein ganz großes thema gerade dass die meisten wenn schwierigkeiten sind wenn hürden sind wenn es nicht ganz so angenehm oder einfach ist dass man sehr gerne aus dem körper abhaut dass man sagt okay einmal raus aus dem körper seele der geist alles mal danke weg lass den körper mal da unten der wird das schon irgendwie managen so und der körper sagt haha bist du witzig es funktioniert nicht so was jetzt die möglichkeit ist über diese osterenergie gerade auch jetzt mit dieser tag und nacht gleiche es sind unglaublich hohe lichtfrequenzen ich bin der meinung die sind jetzt wirklich schon seit anfang des jahres und ich habe gar nicht jetzt groß gesehen dass es unterbrochen ist sie haben mir auch gezeigt dass jetzt über dieses sondern ja diese lichtfrequenzen bestätig ansteigen also wenn es dann wieder heißt oh jetzt ist die schumannfrequenz so oder jetzt sind gerade besonders sie sagen dann sind das wie so die spitzen oder die peaks von so als bergen prinzipiell sind aber diese lichtfrequenzen jetzt wirklich die ganze zeit da also das ist nicht so das ist jetzt drei tage weil jetzt vollmond neumond oder schießmichtod irgendwas ist sondern diese lichtfrequenzen wir sind gerade wie unter einem dauerbeschusse und diesen frequenzen und die steigen und die werden immer mehr über diese lichtfrequenzen ist eben die möglichkeit uns wieder aufzufüllen das ist licht zu empfangen sondern jetzt denkt so wieder dran all meine blockaden meine glaubenssätze meine glaubensmuster ist darf nicht leicht gehen ich muss dafür erst irgendwas sühnen ich muss meine schuld begleichen ich muss keine ahnung was ja alle programme die mich begrenzen und einigen naja dann kann der licht herkommen was will dann werde ich es nicht wirklich annehmen oder aufnehmen und genau darum geht es dieses licht jetzt zu empfangen diese kraft zu empfangen und dich wirklich mit dir zu verbinden das heißt den geist beziehungsweise dein höheres selbst nicht irgendwo da oben zu suchen und herumfliegen zu lassen sondern dir vorzustellen das würde das wie in deinen körper einsinken du bist dieses höhere selbst du hast diesen geist du hast das alles in dir und dann passiert genau das was wir jetzt noch beim vollmond haben wieder und venus also quasi wieder und liebe beziehungsweise krieger und liebe die sich gegenüberstehen dann habe ich den körper und den geist und habe ich quasi die liebe den geist das kosmische bewusstsein dass mich führt meine innere stimme die sagt ja schau mal so und so könntest du und der krieger mein körper der dann umsetzt der sagt und das fange ich im leben zu tun an da kommt dann die wahre macht da kommst du dann in deine essenz da kommst du dann in deine kraft beziehungsweise bist du dann in deiner kraft weil du dann sehr schnell merkst irgendwie brauche ich mir gar nicht mehr von anderen den rat holen oder brauche ich mir von anderen gerade nicht sagen lassen wenn da jemand sagt macht das so oder tut das so oder das ist falsch oder das ist richtig dann wird deine innere stimme dir ganz klar sagen was sich für dich richtig anfühlt und damit gehst du aus diesem macht ohnmacht spiel raus damit steigst du aus diesen alten programm und diesen alten muss dann aus und damit haben wir die oster energie die auferstehung damit quasi stehst du auf über diese ganzen begrenzungen über diese ganzen programme von wegen wie du zu sein hast und wie man etwas zu machen hat und wie man zu leben hat und wie man zu lieben hat und wie man so weiß ich nicht was hat und quasi dieses fremdbestimmte und du kommst in deine eigene kraft du bist dann über dich wieder bestimmt weil deine innere stimme der sagte den weg gehen wir jetzt und dann krieger sagt passt ich bin dabei und wir gehen mal wurscht was die anderen zu sagen und wie verrückt es ist so jetzt schau ich mal so schnell euch irgendwas vergessen habe ich habe ich das gesagt mit oster mit der schuld mit der eigenverantwortung in die wir jetzt gehen dürfen wir empfangen ich habe ich gesagt mit bewusstheit überwachen im frühling im neubeginn mit dem osterfest mit der fruchtbarkeit genau was sie auch noch gezeigt haben es kann sein dass manche von euch und ich habe es lustigerweise in den letzten tagen auch gespürt dass die hände so ganz eigenartig gekribbelt haben und dass ich bei manchen fingern wie ja nicht schmerzen aber so ein ganz komisches gefühl gehabt habe ich dachte komisch was sind meine hände da jetzt und auch da hat es geheißen dieses wir dürfen etwas tun wir dürfen ins handeln gehen wir dürfen ins tun gehen aber jetzt nicht ins handeln gehen von okay ich werde es noch geschafft diga und du bei allen anderen sondern wirklich dieses innere handeln also da kommt dieser innere ausbruch oder dieser innere ausdruck von deiner eigenen kraft von einer schöpferkraft gesagt jetzt du endlich fang an deinen seelen weg oder deinen weg zu gehen wirklich diese diese eigenen lebens schritte zu machen durch diese tore eben durchzugehen das war auch noch sehr stark da dann hat es ganz klar noch geheißen achtet wirklich auf deine worte und auf deine handlungen weil wir gerade in dieser osterzeit mit schuld und sühne und verantwortung und das abgeben sehr sehr stark in dem feld dann drinnen sind von den konsequenzen von eben ursache und wirkung also man nicht jetzt nur jetzt darauf achten aber prinzipiell wirklich darauf achten und für dich dir diesen raum diese zeit nehmen immer wieder zu schauen was durch was denke ich wie handle ich bin ich schon so wenn jetzt wieder da bei dieser neuen welt im wasser man zeitalter und licht und weiß ich nicht was sind handle ich schon so und lebe ich schon so wie es mir für dieses neue zeitalter vorstelle und wenn nicht dann hast du noch arbeitsbedarf dann darfst du da noch was tun weil wie gesagt dieses zeitalter kommt nicht von einfach selbst sondern weil wir beginnen so zu handeln weil wir beginnen aus dem herzen heraus zu tun zu handeln und damit eben ganz andere ursachen und damit auch andere wirkungen präsentiert bekommen wenn die wirkung ständig an es wird drauf gehaut und es ist alles nur schlecht und negativ dann darfst du echt schauen wo setzt du immer noch diese ursache das war noch sehr stark da was hat es noch geheißen genau das ist jetzt vielleicht etwas sehr weltlich irdisches und gedacht gut ich nehme es halt mit rein es hat geheißen dass jetzt auch eine zeit ist wo wir dann in der kommenden zeit vermutlich einige schwankungen bei den finanzen sehen werden und zwar dass es sehr stark in richtung digitale währung geht und dass da bei einigen banken oder dass da einiges sich verändert es ist ja auch recht spannend dass die pricks staaten wird schon wieder entschlossen oder entschieden haben dass sie zu goldgedeckten währungen gehen dass das unabhängig vom dollar ist also da zeigt ziemlich unruhen und turbulenzen an ich glaube das ist noch nicht wirklich im frühjahr sommer sich ersichtlich oder sichtbar wird das nimmt jetzt noch alles fahrt auf weil auch das eben dieser neu beginn diese neue zeit ist und ich weiß es ist dann bei vielen ja aber das alte und das alte geld und so weiter und oh gott bloß nichts digitales und bloß nichts technisches wir sind in einer zeit wo sich gerade alles erneuert ganz ganz viel neues ist ich kann ständig gegen dieses neue sein vor 20 oder 30 jahren hat doch jeder gesagt zu einem blödsinn wer braucht ein internet wer braucht nur einen computer braucht doch kein mensch jetzt kann sich kein menschen mehr vorstellen ohne das ganze zu leben also wir werden sehen dass jetzt in der nächsten zeit sehr viel auch technisch sich einiges wieder tut und verändert eben dass es sehr stark richtung digitale währungen geht und dass das durchaus recht spannende kurs auswüchse bei bitcoin und co haben kann also wer von euch da dabei ist könnte durchaus interessant sein ist jetzt schon einmal ordentlich gestiegen ich finde es nämlich immer so spannend weil ich frage ich werde immer wieder beim arbeiten gefragt ja hier was siehst du und ich sage es den leute und habe dann schon im dezember ich glaube da war bei 20.000 gesagt der steigt vollgas so was war es haben mir einige schon gesagt hey danke voll cool ich habe gerade so super gescheit margarete vielleicht solltest du selber mal deine ratschläge auch beherzigen und das machen also wie gesagt gefühlt wird der noch sehr stark hinauf gehen also das sind sehr spannende sachen eben auch mit diesen ganzen kryptowährungen und so ich kenne mich da selber zu wenig aus aber das sind dinge mit denen wir uns durchaus immer wieder mal beschäftigen dürfen und was ich zum beispiel sehr spannend auch finde dass die jugend meine burschen sind jetzt 15 und bald 17 dass die sich unglaublich viel mit diesen sachen beschäftigen dass die sehr offen sind für dieses neue die haben eine ahnung was etf sind und dieses und jenes und ich stehe oft dann denke mir keine ahnung wovon ihr redet und da dürfen wir eben auch schauen wie weit begrenze ich mich noch selbst was das wachstum angeht weil auch das ist alles gerade wachstum also auch da kann und ich weiß es ist bei vielen so ah ja opula weil viele meinen ich bin eh total offen und dann kann man aber wirklich für sich selber wieder schauen wo begrenzt sich aber dann vielleicht fortschritt und wo sage ich oh gott nein das ist schlecht fortschritt per se ist nie negativ weil das ganze leben ist ständig entwickeln wir sind ständig eben in diesen stirb und werde prozessen das heißt ständig darf etwas altes gehen damit etwas neues kommen kann wichtig ist halt nur mit welcher intention mache ich es und da können wir jetzt wieder bei uns selber anfangen nicht zu schauen okay was machen die wissenschaftler was macht der forscher was macht die ganze welt und die politik sondern ich kann selbst anfangen so zu leben wie ich es in dieser neuen welt gerne hätte und dann werden wir sehen dass da viele von diesen erfindungen und viele von diesen dingen die da jetzt dann gezeigt und präsentiert werden dass die sehr sehr viel positives auch bewirken können auch da wieder es liegt an uns wie wir durch dieses tor durchgehen huch verantwortung ich gebe mal alles ab und dann bin ich enttäuscht wenn das negativ oder missbraucht wird oder zu sagen okay ich nehme die verantwortung die ich habe und ich fange an mein licht leuchten und strahlen zu lassen so ich glaube das war jetzt mal so das wichtigste apropos strahlen jetzt auch noch geheißen wer lust hat geht es in den nächten mal raus es wird sie über ostern glaube ich für zu einiges wieder an nordlicht dann geben kann ein bisschen schwierig sondern mit vollmond da am 25 wenn der himmel hell ist aber ich denke man wird wieder relativ bunte himmel wieder mal haben und sehen also kann durch sind also wieder relativ spannende fotos zu sehen bekommen so haben wir da mal auf stopp so 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 so